Kann ich Ihnen helfen? Sir! Sondermeldung. Ein bewaffneter Mann stürmt... Wie sieht's aus? Wir kennen den Schützen. Landete vor zehn Jahren nach einem Banküberfall im Knast. Direkt nach dem Überfall wurde die Bande von einer anderen Gange überfallen. Rotter! 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 Sie wurden in einer Falle gelockt. Sein Bruder wurde getötet. Nein! Einmal lächeln für die Kamera. Ich springe euch alle um. Bring euch an. Der Typ wollte einfach nicht sterben. Und jetzt macht er Jagd auf jeden einzelnen von denen. Einmal lächeln für die Kamera. Ich habe neun Kunden für dich. Ich weiß, du nimmst eine Herausforderung. Mit Kanonen, den knallharten Kopf spielen hat? Jeder tut, was er kann. Ist er so schnell wie du? Er ist schneller. Alles in Ordnung, Liebling? Ich plaudere nur ein bisschen mit einem alten Bekannten. Gott kann dich nicht von mir retten. Keine Angst. Kein Zögern. Der ist eiskalt. Nimm die Kanone weg. Wenn du ihn umlegst, bist du tot. Du musst tun, was du tun musst. Aber du begibst dich auf eine lange, dunkle Reise. Das macht das. Du bist so schnell. Du bist so schnell. Ja responsabil. Da ist nee. Du bist so schnell.